Ich habe zusammen mit John Hayward und Frank van der Heiden 80% der Stücke selbst geschrieben. Mir war es sehr wichtig, ein Album basierend auf Eigenkompositionen erfolgreich zu machen. Das ist natürlich für einen Künstler und Komponisten etwas ganz Besonderes. Ich habe mich von allem inspirieren lassen, was ich musikalisch toll finde. Das nächste Stück ist mein Tribute an die großartige Filmmusik von Klaus Badelt und Hans Zimmer. Viel Spaß mit Adventure Island! Klaus Badelt 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 Vielen Dank.